Hier sind wir jetzt auf der anderen Seite von dem, wo die Polizei abgetrennt hat. Jetzt mal hier, also hier war vorhin die Barriere, wo wir zurückgedrängt wurden unter dem Tunnel. Wie gesagt, solltet ihr erkennen, die Polizei-Blockade scheint relativ aufgelöst zu sein, aber einzelne Leute werden festgenommen. Und ihr hört, hier stehen alle EU-Bürger und alle Bürger zusammen. Oh, da hinten scheint wieder was los zu sein. Und ihr hört, hier stehen alle EU-Bürger und alle EU-Bürger und alle EU-Bürger und alle EU-Bürger und alle EU-Bürger. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Nie wieder Polizeistatt! Wir sind das Volk! Aha! Ja, 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 first! Wir können Doppel wieder! Das war's!